Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut. Verstehe. Ach und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut. Verstehe. Ach und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Guten Morgen. Ja, sicher. Ah ja, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. Ja, gut. Verstehe. Ja. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Ja, sicher. Kein Problem. Guten Morgen, Herr Büchner. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ach und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Guten Morgen. Ja, sicher. Ah ja, tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. Ja, gut, verstehe. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Ja, sicher. Kein Problem. Guten Morgen, Herr Büchner. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Gut, ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ach, und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Okay, dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut, ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut. Verstehe. Ach, und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Ja, sicher. Kein Problem. Ja, sicher. Kein Problem. Ja, sicher. Kein Problem. Ja, sicher. Kein Problem.